moin leute herzlich willkommen zu einer neuen folge mcroyer 5 clans nachbereitete mission sind wir bald endlich mit durch also heute noch einmal die korsche wall an honest fight und dann am ward hinter uns mission max tonnage 330 tonnen ich glaube ich habe lust die einfach unfair zu spielen weil das müsste eigentlich zu der zeit schon müsste der freie gestaltet gewesen sein ich will bei dem wohlfarben und die stormcrow könnten war zehn tonnen 15 tonnen haben wir sogar noch auf geht's schon unfair genug mit dem timberwolf sobald ich den mal ordentlich umbauen muss flight ups condor 117 low vis instrument approach to the lc copy 17 lc is clear of hostiles so drop at your discretion af our discretion 117 ok ob was stars on sight star keer pro sie ok 二 verse sowas heute regular be advised there numbers are greater than we could have anticipated they are weaponizing the tight rain to negate our texts range advantage Oh! Direkt auf den Manticore hinterher Raketen habe ich ja auch. Oh scheiße, Mr. Locke habe ich trotzdem verloren Au Watch out, more regulars heading the field Stay on them, do not let them get away from you New hostile detected, Thunderbolt Incoming, missile Ach Gott Leute Kannst du aufhören vor meinem Becken und her Scheiße, hin und her zu tanzen Das ist noch nicht so spät der noch Ah, also Zack Ah, dann bleibe ich mal eben stehen. Guck mal, ich habe auch zwei Zornziger. Ja, meine Herren, geht es doch nicht, steht da immer noch. So. Guck mal, weiter geht es. Ist der Lantikor, weiter, weiter, panned. Panther. War? New Starbet. Das ist der Lantikor. Gut. Check your tactical map and keep moving Cobalt 1. Hostiles keep pouring in. Wipe out all the regular forces on your way to the rally point. We need to box them in and crush them. Aff. Supposedly these regular snake name is Death Before Retreat. They are doing their best to live up to it. Uichi says it is because they lost their home during the Ronin Wars. Phoenix locked. Star Captain Gabriel, sit rep. We're taking heavy fire in our position, requesting support. Cobalt 1, move in and provide Silver 6 with fire support immediately. No unnecessary losses today. Ah, Star Colonel. Ja, die nächsten beiden weg. In unserem Team als Chance nachzurücken. Okay. So. 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 Oh, was haben wir denn da? Skorpion. Oh, okay. Er ist auch weg. Mutig! Oder dumm. Mutig oder dumm. Ammo? Ah ne, Ammo. Wollen wir denn da? Skatlock. Was haben wir denn da? Skatlock. Naja, das habe ich nämlich befürchtet. Was haben wir denn da? Wie sind Sie monstern? Wie gesagt habe ich vorhin, wir sind Schmuck-Jaggler. Wir legen uns auf diese Welt und wir haben es. Nein. Ich habe bereits mein Haus verloren. Ich habe ihn schon einmal verloren. Ich werde ihn nicht verloren. Ich werde ihn nicht verloren. Okay. Und? Alle auf den Shadow Rock. Nein. Eine Raketen mehr. Aber... Das sieht nicht so aus, als ob wir ihren Ammo-Cash hätten. Schade. Ich habe keine Raketen mehr. Ne, ich brauche jetzt noch neue Ammo. Ich habe keine Raketen mehr. Ich habe keine Raketen mehr. Ich habe keine Raketen mehr. Ich werde nicht raus, Sie sind. Ich habe keine Raketen mehr. Ich habe keine Kraft, Sie haben eine Raketen mehr. So. Ja, bitte folgen. Marauder, einer meiner Inner-Sphäre-Lieblings-Mechs. Lass das. Ab auf den Griffen. Sehr gut. Ab auf den Schädelhock. Hier ist angeblich noch ein Torhüter. Darum? Oh, AC-Trenching-Ghost-Feuer. Oh-oh. Da ging's runter. Oh. Ja, du bist mir in die Akaten gelaufen, kann ich auch nicht für. Die ist feiner, oh was haben wir da noch, ein Archer, ei ei ei, er ist ein Archer. Und jetzt auf den Spyder. Das wäre super. Zwei. Ja, das geht aber diesmal an Ezra und an Liam. Die beiden sehen nämlich nicht gut aus. Okay. 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 Artisan, gut, gut Manticore Enforcer Und noch mal wiederkeitssus Ankommen wiederkeitssus du stehst im weg ok atlas marauder 2 1 oder 2 ich habe einen und ein thunderbolt ist eine böse mischung zurück 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 und volle kraft voraus auf und zack den weg machen den weg machen oder 2 ist auch cool und atlas ich will es auch wenn du fixiert bist weil sich den rücken schließen zu lassen ist nie eine gute idee und jetzt Du bist fertig. Alle Regulärer, alle Regulärer stehen. Seize, fire, and stand down. Smoked Jaguar, wir surrender. Eine wunderschöne Wahl. Intelligenz, um deine Braverie zu matchen. Aber deine Forces wurden übermacht. Cobalt I, our work here is done. Elementals will round up the Allshane Regulars. Return to the Ixhell and await orders from the Star Colonel. She will prep your next assignment. Jut. Das ging doch mal ganz flockig. Äh locker flockig. Ja. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wenn wir den wieder heißen. Back to your Vive Clans. Und die Invasion der Inners 4. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh. Das war's. 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 Das war's.